Fünf Wochen, fünf Specials. Ich lade dich ein, mit all deinen Freunden, Bekannten und Verwandten vorbeizuschauen bei einem oder mehreren dieser Specials. Es fängt am ersten Advent an mit vier Celebrations. 9.30 Uhr, 11.00 Uhr, 17.00 Uhr und 18.30 Uhr. Dort kannst du einfach vorbeikommen. Ich empfehle dir besonders die erste und die dritte Celebration, weil da wahrscheinlich am meisten Platz ist. Und ab dem ersten Advent gibt es zum ersten Mal ein gratis Ticketsystem. Es geht darum, dass wenn du deine Freunde oder Bekannte oder Verwandte einlädst, du natürlich sicher gehen möchtest, ob du in den jeweiligen Gottesdienst auch reinkommst. Deswegen kannst du online kostenlos Plätze reservieren und bis zu einer halben Stunde vor Beginn, dir jedenfalls die Celebration, dir vor der Tür abholen bei uns in der Celebration. 60 Minuten vorher macht die Lounge auf. Es gibt wunderbare Loungemusik, geniale Atmosphäre. Du kannst natürlich auch auf Risiko gehen und spontan vorbeikommen, dass es Resttickets gibt, dass jemand nicht gekommen ist oder hinten in unserem hinteren Bereich unserer Celebration noch Platz nehmen. Du kannst also dort buchen gratis und dir überlegen, wann möchtest du vorbeikommen und am besten entscheidest du frühzeitig, wann du mit deinen Freunden vorbeischauen möchtest. Besonders am dritten Advent ist das wichtig, weil nur zwei Vorstellungen beim Musical sind und an den sonstigen Sonntagen kannst du überlegen, wann du vorbeikommen möchtest. Wichtige Info zum Schluss, ab der Weihnachtsserie gibt es auch um 9.30 Uhr Kids Planet, das heißt auch die Kinderkirche hat geöffnet, also auch für Familien 9.30 Uhr eine sehr gute Alternative, in den Gottesdienst zu gehen. Ich freue mich sehr auf diese Zeit. Hol dir dein Ticket unter der eingeblendeten Adresse.